Alexa? Guten Morgen. Guten Morgen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Silvester Stallone. Der Rambu-Mime wird heute 71 Jahre alt. Zur Feier des Tages habe ich heute für dich mein liebstes Rambu-Zitat. Es lautet, es leuchtet blau. Na, hättest du es erraten? Wenn du heute noch mehr Filmzitate hören möchtest, sage einfach, Alexa, sag mir ein Filmzitat. Alexa? Sag mir ein Filmzitat. Um den Krieg zu überleben, muss man selbst zum Krieg werden. Zitat aus dem Film Rambu. Alexa? Sag mir ein Filmzitat. Wir haben keine Flöhe. Wir sind Amerikaner. Zitat aus dem Film Titanic. Alexa? Was ist der Prime Day? Entschuldigung, das weiß ich leider nicht. Alexa? Was ist Prime Day? Prime Day ist ein eintägiges weltweites Shopping-Event mit tausenden Angeboten, exklusiv für Prime-Mitglieder. Alexa? Wann ist Prime Day? Der Prime Day 2017 findet am 11. Juli statt. Prime-Mitglieder haben am 10. Juli ab 18 Uhr Zugriff auf tausende Angebote. Alexa? Erzähl mir ein Filmzitat. Ich bin mir leider nicht sicher. Alexa? Nenne mir ein Filmzitat. Hamburger. Der Grundstein eines jeden nahrhaften Frühstücks. Zitat aus dem Film Pulp Fiction. Alexa? Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.